Immer wieder sorgen E-Scooter vor allem das Verhalten deren Fahrerinnen und Fahrer für Unmut in den Städten. Ein Kritikpunkt, oft werden E-Scooter nach deren Gebrauch nämlich einfach wild abgestellt und behindern dann andere Verkehrsteilnehmerinnen und Teilnehmer. Paris wird deshalb ab September den Verleih von E-Scootern in der Stadt komplett verbieten. In Wien will man das wilde Abstellen von E-Scootern anders in den Griff bekommen. Ab dem 1. Mai tritt in der Bundeshauptstadt eine diesbezügliche ortspolizeiliche Verordnung in Kraft. Was dadurch wie geregelt wird, das bespreche ich jetzt gleich mit meinem Kollegen Matthias Nagler von den ÖAMTC-Rechtsdiensten. Hallo Matthias, danke, dass du da bist. Hallo Thomas, danke für die Einladung. Sehr gern. Du Matthias, was wird denn alles neu geregelt ab dem 1. Mai für E-Scooter-Fahrerinnen und Fahrer? Mit dem 1. Mai treten in Wien neue Regeln für die Miet-E-Scooter in Kraft. Das betrifft einerseits die Betreiber von solchen Geräten, andererseits aber auch die Mieter direkt, nämlich vor allem was das Abstellen betrifft. Jetzt könnte ich sagen, ich als Mieter, mir ist das alles egal, ich habe gemietet, die Strafe zahlt wer anderer. Ist es so einfach? So einfach ist es natürlich nicht. Also ich darf künftig meinen Miet-Scooter nur noch dort abstellen, wo entweder speziell gekennzeichnete Abstellflächen vorhanden sind oder in der Parkspur, aber nicht mehr auf dem Gehsteig. Wenn ich dem zuwiderhandle, wenn ich das trotzdem mache, bekomme ich möglicherweise eine Strafe. Okay, wie schauen denn solche Abstellzonen aus? Da gibt es jetzt wahrscheinlich neue Markierungen in der Stadt. Wie wird denn das gekennzeichnet sein? Diese Abstellflächen werden mit roten Markierungen gekennzeichnet sein. Die Standorte dieser Abstellflächen wird man künftig dem Wien-Stadtplan entnehmen können. Ich vermute auch, dass die Betreiber auch ihren Nutzern über die Vermittlungsgeräte, also über die App, entsprechende Hinweise geben werden. Jetzt ganz kurz noch zu einem anderen Thema der Geschwindigkeit. Oft einmal kommen diese Dinge, weil sie ganz leise sind, sehr schnell daher. Sie sind zwar nach oben gedeckelt, aber Geschwindigkeit war immer ein Thema. Wie wird denn die in Zukunft geprüft oder wie kriegt man die in den Griff? Es gibt einige sensible Zonen, wo es häufig zu Konflikten zwischen E-Scooter-Fahrern und Fußgängerinnen und Fußgängern kommt. Das betrifft etwa Fußgängerzonen oder Begegnungszonen. Dort besteht ja von der Straßenverkehrsordnung her eine Geschwindigkeitsbeschränkung für diese Fahrzeuge, also für alle Fahrzeuge genau genommen. Und die Betreiber von E-Scootern oder von Miet-Scootern müssen künftig sicherstellen, dass in bestimmten definierten Zonen diese Geschwindigkeit technisch nicht überschritten werden kann. Das bedeutet, wenn ich jetzt als Nutzer in eine solche Zone hineinfahre, dass ich dann durch diese Drosselung nicht mehr in der Lage bin, eine bestimmte Geschwindigkeit zu überschreiten. Danke Matthias für diese Informationen. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, noch ist nicht alles fix. Fix ist es, kommt am 1. Mai die neue Verordnung. Da ist schon alles gekennzeichnet. Wie hoch der Strafrahmen ist, das ist noch nicht letztendlich bekannt. Aber ich unterstelle euch, ihr arbeitet weiter an der Aktualisierung auch auf der Webseite. Und diese Informationen, wie gesagt, finden Sie bei uns auf der Webseite. Und ein Tipp abschließend noch, um das Geldbörsel zu schonen, sollten sich E-Scooter-Fahrerinnen und Fahrer auf jeden Fall an die neuen Bestimmungen halten. Denn via der SAX Wien App können nämlich auch andere Verkehrsteilnehmerinnen und Teilnehmer falsch abgestellte E-Scooter gleich direkt beim Stadtservice Wien melden. Vielen Dank.